so hallo und herzlich willkommen zurück da ist unser elektro orden aber bevor wir jetzt loslegen wir haben noch ein bisschen was trainieren das ist zu lords die lord gibt man jetzt auch erst einmal wieder raus eben da jetzt einfach mal was gutes mit das mit proxy eigentlich wo eigentlich irgendwas schon was wir so boden mit mit dem damit nehmen die hoffnung leben dass wir sich noch mal irgendwie entgegen dann geht es noch mal schon ein bisschen trainieren und dann sehen wir uns gleich beim orden wieder boah das ist eigentlich schon fett aus das magnetibel kannst du nichts sagen ich bin ein arsch mit einer pflanzen attage da jetzt anzugreifen aber höhe da weiß schon irgend einer wie man dann mittlerweile magneson bekommt also bleibt ja mal alles recht spannend mittlerweile hier super bei so ein magnetilo 28 32 oder sowas zum magneton wo kommt man da hinten ist eine insel da wäre jetzt mal hinschwimmen zuvor machen wir aber dieses nest da noch platt wir schauen zu was ich die usa die irgendwann einmal entwickelt nein 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 zankar boden wirkt ja auch erst auf die über 30 ne glaube ich 40 sogar 40 nein echt schlurmwurm nee nee da ist noch mal so schlurmi wurm diesen schlurmwurm will ich haben ne böse zungen behaupten ja der muss ziemlich schwierig zu fangen sein ja ab und zu lese ich auch im internet so ein bisschen was über das ganze spielen das wird ja mir meine news alles angezeigt ne muss anscheinend darauf zu rennen garsteller es ist ja heute wieder voll cool hier am start ne die usa hat jemand irgendwann einmal lust sein vielleicht mal mit einem kingstein zu tauschen gegen mein fleck mit einem kingstein und tauschen und dann baue ich jemanden der seinen fleckmann mit einem kingstein gegen mein fleckmann tauscht jetzt kommt es letztlich mit einem normalen ball fangen ne was ich so ein bisschen schade finde das war bei legenden arceos richtig gut dass man einfach die pokémon mit einem ball fangen kann jetzt muss ich halt hier echt wieder kämpfen das könnte man mal wieder mit einbauen ja da steht immer noch dasselbe drin wie bei rot und blau im pokédex ne so jetzt wollen wir erstmal hier noch unseren anderen pokémon trainieren das ist jetzt heiß das ist ein bar melin das haben wir ja auch noch dieses bar melin punkten sprung ja wir sind auf dem selben level das könnt ihr wohl leben ne das ist ja auch in einem pokémon drin bestimmt oder ja ja morgen ist es soweit morgen muss ich zum tarnach da schauen wir mal was das wird ne war mit dem wurde gefangen war mit dem haar aber papapapaarm ich muss jetzt hier mal vorne ruhe ging Ich muss jetzt hier mal vorne ruhe ging beliebige mitspieler jeder kann teilnehmen online wer spielten gerade so ein bisschen mit mir niemand ja niemand so wie das letzte mal ist keine eigentlich schon ja gut hervorkommen gut natürlich immer alleine kämpfen also unbedingt bei meinem adventskalender vorbeischauen voll gut herrschen werbung machen was du nicht alles tust für das endlich ein bokeball das ist ein bokeball warum gibt er ein bokeball aqua schnitt tot batsch wo pichu will ich bis hin ja baby ich bin schon ganz gespannt was ich bei der arena für komische aufgabe vorher erfüllen muss dass ich da gegen den trainer arin leider kämpfen darf jacka boom das haben wir die ip von uns aus x ist da man gibt sie auch irgendwie mal irgendwo in lm oder so noch nicht so ganz kapiert wann das muss soweit ist hier ist doch blödsinn das ist das was mir so dieses schule was mein spaß weil es ja meli weil es ja dann am start gibt es da jetzt noch für ein terror raid wo holy shit was bist du ein delphino normie ein normie ja ich halte aus herr artmann nichts böses zack kommt noch nicht die ganze heute davon ja donnerwetter du ja 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 das ist ein blinder box gibt es noch irgendwie ein feuer ordner nämlich das irgendwann aber mit eine ade bum ja genau schlägt da ist das angreifen das wäre so ach das ist das unkiesige wo er ein minus geschwindigkeit bewegen wir uns hier irgendwie ne du in der rübe mal fangen wir ganz langsam mit luft schnell an uiuiuiuiuiui ja setzt halt die miesung ein digi echt jetzt fragen wir mal anregister hier auf wogentanz ist das bloß jetzt gerade ich ein wenig schwammig oder ist das wirklich schwammig das ist jetzt aber echt nicht dein ernst ein volltreffer ja schmeiß mir deine hülle da ab wir wollen dich nämlich fangen einem super blädchen hast du gesehen hast du das gesehen oh fuck you ne hey gano wie entwickelt sich ein knirscher ja kommt das baue ich dann noch bei der psycho arena ich nehme ich dann gleich mit in die psycho arena habe ich schon gesehen 3 2 und schwupp gerne wird bis vergessene knirscher erlernt ist ja na für mich sind das halt auch beine oder füße so aber ist ja wurscht ne und das mal mit raus wollen nämlich ein bisschen trainieren uffla baby und sollten den elektro orden holen ich weiß ja nicht okay wie das das war BW wurde gefangen Was machen machst du? Driftloon Was ist das? Was ist das? Was bist du? Was bist du? Ich höre ein Gast, ey, ne? Los, rasende Affe! Ich werde jetzt ganz entspannt anschleichen Oh, da ist es! Jetzt pass auf, ne? Ha, 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 ha Ha, ha, ha Super, super Super Okay, okay So, jetzt... Nein, 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 nein Das nochmal hier Ich will jetzt nicht mit dir spielen ich versuche da ein schlick da zu fangen sowas kotzt halt immer überhaupt nicht an dass du kein mensch hat zeit und lust mit so einem hurensohn zu spielen ja weiß das weiß ich selbst beschleunige deshalb einfach das mache ich mit dieser information und hat keine wirkung darauf ach was du bist der super schlau ja ich hab's verstanden so noch ein schlick dazu fangen ja genau dreh dich mal schön weg so jetzt aber ja sehr gut das ist so was könnte auch verboten ja san kapu ich weiß so verklumpen wirkt ich will das viech fangen hypnose jetzt er legt mich doch jetzt hier am sack weißt du kann halt auch nicht dagegen einsetzen außer fluch ne in der hoffnung leben dass er jetzt boah ich bin ja noch verwirrt und jetzt haue ich mir wahrscheinlich selber die wache kaputt so irgendwie du bleibst jetzt drin oder halt auch nicht weißt ich habe keine zeit und lust einmal ewig herum zu spielen ne mal diese ellen lang langsamen texte ne kann man nicht gas geben mein gott du ich ja ist doch schön ja schon mal schön da schlägt da schlägt die hat voll von dick da und die cloud aber ist ja wurscht und der bonbon ich will keinen sonderbonbon wir machen jetzt mal beuteln die bonbon s auf den den können wir jetzt mal fünf stück level 24 ach guck mal jetzt entwickelt sich dieser super mario piz entwickelt sich ne oder sollte ich eher sagen minecraft ding doch hier wie minecraft ne die usa ließe die saal pögel seit er legt mich doch am tickeli aha hm 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 ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt die attacke nein wie sowieso jetzt pass mal auf wem gehen wir jetzt hier nochmal paar bonbons du kriegst mal drei davon oder wenn noch ein zug diggi ne gano wie entwickelt sich jetzt auch das ganoven krokodil rockheim an war das ne ja dann kann man das erste mal gebrauchen ja meint sich das nochmal gewilles weiß ich gar nichts memorized wurscht und ab der fisch jetzt muss man es erst mal den orden hier holen ja 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 geburtstag feiern ich glaube erst ewig spielte 48 oder so ne war denn das papa papa so auf zu dem 1 2 1 2 jetzt du passt auf ja achten kenne ich noch gar nicht auf den kinder ja aber hallo tg hi sie wo sind da die brüste ohne brüste kein sie ja 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 ich muss erst mal wieder eine dämliche aufgabe erledigen ja ich bin kapitän kringen ist gut erkannt es was zum fisch Enigma TV Oh, der ist schon Hallo, Tschau und Hallule zurück Was ist das denn jetzt hier los Ey, wir sind weltweit live Ich geh durch Collaboration, ey, ein Stream, wie gerade Hätte ich nicht dreh heute Ach, der hat schon wieder Oh, ho, he, he, he Ich weiß, besonders, was ein Plot-Twist ist, ne Schlendermann Der Slendermann, ne Wenn er uns über das Kameran ja, der Geimer finden kann Ah, ja, läch' mich doch am Arsch, ne ja und schlender weg ich habe dann schon gefunden was sollte bitte machen irgendwie anders gedacht aber okay der pokémon ja ein luxio bis an kaputt vorne das gibt ja gar keinen sinn dass du auf bist einzusetzen das ist immer so setzt sich bis ein an alten arsch zurückgeschreckt rückgeschreckt rückgeschreckt bis es tot ist das erste mal es war schon mal so eine blödsinn da ich weiß ich bin zwölf in der will höhe und wenn langsamer als der müllhaufen hier nur die kinder leben mit jude gehen neben alles geht immer dann was ich hier einschränkchen hier ein arsch wächtig machen ja super sache ne ja halt einmal g und die einfach heim Schlendermann! Oh nein! Da ist wieder ein Ding hier, ne? Das ist doch nicht normal. Was soll das denn hier? Das kann ich gar nicht verlieren. Äh, doch, alter Mann. Du kannst nix. Zappladin! Noch mal so ein scheiß Elektrofon immer, ne? Und ich kann halt irgendwie immer nur noch Giga sauge. Wartiii! Ich lebe ja eigentlich immer noch in der Hoffnung, dass ich mein Sankabu jetzt vielleicht doch noch vor Level 40 entwickle. Aber ich glaube, das war Level 42, 44, sowas. Ich hätte halt nicht erst Level 48, ne? Irgendwie sowas, das hat sich ewig spätestens, wie ich es weiß noch. Das war hier irgendwie wo. Baumwollsaat. Ja, weißt du, ich bin doch eh schon langsam als du. Was sitzt du in einem Baumwollsaat ein? Ja gut, wahrscheinlich kannst nix anderes. Gegen ja Geist. Boden-Pokémon. Jawoll! Hier, wo es besiegt. Mag sein, weil ich bin wirklich Fan von mir. Ohhhhhhh! Ja, wo ist er denn diesmal, unser Glongo? GONGO! 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 Zappler, RANKTASTICHN. In die Hüge. GONGO! 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 Ne collaboration mit mir ist immer dran! Ne finde den ścloud Amaen, man. Neunda, man. Eustícia! Schau halt immer noch viel ab! Wenn's jetzt wenn's sagt, så бte's surrounds! Nimm den hier! Könnt we Store s…? Nein! Ich wollte den anderen nehmen. Nein, doch. Rockeyman. Wir nehmen Rockeyman. 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 Wie spricht man das überhaupt aus? Ja, 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 ja. Siehst du, du bist zu gut, ne? Ich bin halt zu gut. Ja, will ich herausfordern. Schnell geht's. Orden Nummer 4. Schabooms. Das ist mal ein Selfie machen, ne? Oh ja, was hast du denn für Zähne, Digga? Hüh. Ola, ciao und hallöle. Sollte ich meinen Slogan jetzt auch so anfangen, ne? Alter, voll gruselig, Mann. Alter, voll gruselig, ey, dieses Kind ist schon sehr unheimlich. Halt die bloß einen Strumpf an? Ja, die hat nur einen Strumpf an, was ist denn da los? Hä? Ja, toll, jetzt habe ich sowieso ein fliegendes Viech vor mir, ne? Hm, ich habe das Knirsch einsetzt, ne? Wampitz, scheiße, alter. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi. Ich finde es gar nicht so lustig, dass dies auch mal genau einsetzt, ne? Nein, Vampi. Hallo Vampiiiiiiihihihihihihihihihi. Hallo Wampiii Lupsio Das ist bestimmt in seiner Kristallisierung ein Wasser-Pokémon, ne? Achso, das kristallisiert sich jetzt noch gar nicht Scheiße, Alter, war der jetzt gut, oder? Der gute alte Wampii, ne? Ups Aber Rokreiman hat sich noch mal entwickelt, oder? Weißt du, das war echt nicht mehr, weißt du, das war ja auch hier Rubin und Saphir, ne? Ne, doch Oh Traunmagie, ist ja, wenn das eine Traunmagie, was hat eine Traunmagie jetzt bitte mit Elektrizität zu tun? Naja, wahrscheinlich dann, weißt du, das hat bestimmt die Fähigkeit Schwebe, ne? Wenn ich desto aber einsetze, desto hoch Das wird sie in der Elektro-Pokémon kristallisieren Guck mal, sei riesen Glühböne am Hirn Guck mal, sei riesen Glühböne am Hirn Guck mal, sei riesen Glühböne am Hirn Ich drehe durch Guck mal, sei riesen Glühböne am Hirn 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 Also, was diese Kristallisierung genau bringen soll, habe ich echt noch nicht wirklich verstanden, ne? Weil du kommst mit jedem nicht kristallisierten Pokémon dagegen locker an Als anderes Blödsinn irgendwie, ne? Ja, bei deiner komischen Zahn-Ding hier, ich glaube, du musst auch mal zum Zahnarzt, ne? Ja, weil ich gewinn, ich bin immer ein Gewinnertyp, ne? Beiden sind unheimlich stark, Tbh, was zum Fick ist, Tbh? Ich glaube, ich bin echt nicht mal up-to-date, was da so los ist, ne? Das ist Screenshot-Zeit. Äh, heheheheh. Ja, Manka Arena gemeistert. Volt-Wechsel hier. Tchup, 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 tchup. Ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, ne? Sag ich doch, ne? Und lasst auch gleich ein Like für mich da, ey, Digi, wie geil bist du, ne? Ach, so macht man das. Oh, ich mach halt irgendwas falsch, ne? Na, 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 na. So, dann wollte ich mal wieder sagen, schön war's, ne? Wie die Tante gerade gesagt hat, lass doch ein Like und ein Abo bitte da. Oh, ja, passiert jetzt noch was. Oh, jawoll. Wie gute alte Tante, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, ich spiel ja, das ist nicht zum ersten Mal, ne? Hm. Schnulli. Na klar, ich sei am Empfang, will ich da standen oder wie oder was? Hä? Kommt da manchmal irgendwie nicht so ganz mit, weil ich ehrlich bin. Ich bin der Einzige, der sich überhaupt nicht für die Städte interessiert, während er hier spielt, ne? Oh. Flickziegel. Ja! Aber unbedingt! Scheiß die Wand an... Ich flipp aus. Und wenn jetzt dein scheiß Alpolo einen Ewigstein hat, da bin ich schon mal in einem Pokémon-Spiel verarscht worden, ne? Wir sind, hehehe, dieses Alpolo hat einen Ewigstein. Wir sind wirklich zu klein, nicht? Scheiße, Alter. Echt, Leute, das ist nicht normal, oder? Ja. Musst du dich bitte jetzt noch entwickeln? Ja, schau halt her! So ist das doch geil! Gengar! Ja, ich weiß, dass ich meine Scheiß... Also, ich seh schon, es macht doch recht Sinn. Tauschen, tauschen, jemand tauschen, will jemand tauschen? Ich will, ich brauch noch einen Lasho King. Hallo, Leute! Tauschen! Oh, da, bei! Super dran! Digga, was ist denn das? Nein! Was kann denn der Freak hier jetzt auf einmal? Das ist doch mal schnell Pokémon-Heil. Dann würde ich sagen, schön war's! Vielen lieben Dank fürs Reinschauen, Zuschauen, abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr schon mal da seid, gleich mal einen Daumen nach oben, Like da lassen. Ey, ich hab euch so lieb, ihr seid echt die Besten, ne? Jetzt schauen wir uns mal, wann sich dieses Sunkapu endlich entwickelt. Und den rasenden Affen baue ich noch für meine Normal-Arena da hinten, ne? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, wieder mal. Je beia, ihr Schweinebacken.